Ja hallo, liebe Freunde, liebe Interessenten. Ja, ich möchte heute schon einmal überlegen, oder mit einer überlegen, also wie schaut die Situation jetzt da draußen aus und was können wir tun? Sollen wir einfach nur weiter zuschauen, oder wollt ihr noch weiter zuschauen, bis jeder von uns dann, oder dass ihr auch, Freunde kennst, in deren Familie Leute verstorben sind, oder die andere Seite, dass ihr Freunde kennst, wo die in der Familie Jobs verloren gegangen sind. Das glaube ich, ist mit verbunden. Diese Pandemie-Geschichte, so wie es die Experten ja hier berichten, wird sicher noch ein halbes, dreiviertel Jahr Minimum dauern. Auch wenn der Impfstoff durchgeht, und, und, und. Also wollen wir hoffen, dass das so funktioniert. Aber sie sagen ja selbst, das wird bis Mitte, oder sogar bis im Herbst dieses Jahres dauern, bis entsprechend Menschen immun sind, oder geimpft wurden. Aber, eins ist klar, bis dorthin werden tausende Firmen nicht mehr am Markt sein, und somit einige hunderttausend Arbeiter, Angestellte, Freunde ihren Job verlieren. Daher sage ich jetzt bitte ganz, 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 einfach, macht sofort, startet mit einem eigenen Business. Mit einem modernen Home-Network-Business, vom Feinsten, wo sie beinahe keine Betriebskosten drauf haben. Keine Reisespäßen haben, und so weiter. Also, dass sie auch, ja, jede Hausfrau leisten kann. Sogar Leute, die ihren Job verloren haben. Es geht nur darum, das Richtige zu tun. Kümmer dich darum. Schau, dass du einen ehrlichen, aufrichtigen Mentor findest, der dir zeigt, wohin die Reise geht kann, und was du tun sollst, und wie du es tun sollst. Ich werde jeden Dienstag um 19.30 eben genau über dieses Thema auf ZOM, ja, ein Infomeeting halten, oder Infoveranstaltung halten, also auf ZOM. Da kann jeder reinkommen, der muss sich halt entsprechend anmelden, einen Link anklicken, und dann um 19.27 rein, also anmelden, und um 19.30 kann er rein, wer da nicht drin ist, ja, nicht weiter anfangen, ja, und dann erkläre ich das, warum und weshalb und wie das funktioniert. Aber die Notwendigkeit, sich ein Zweiteinkommen oder überhaupt ein Einkommen, eine neue Selbstständigkeit von zu Hause aufzubauen, das ist das, was du halt, oder was ihr einmal verinnerlichen müsstest, einmal verstehen müsstest. Denn die Reise, die ist vorprogrammiert, und die ist nicht schön. Das sage ich schon seit einigen Jahren, und jetzt wird es immer konkreter. Es wird hinauslaufen, dass die Leute gerade nur so viel verdienen, dass sie gar nicht mehr auf die Idee kommen, wenn sie zwei, drei Tage irgendwo auf der Insel fliegen, und nur ein paar Tage auf dem Meer. Nein, es wird wieder ruhiger werden. Es ist alles gesteuert, alles korrekt und super, du kannst gar nichts dagegen machen. Du kannst sagen, ist so, nimm es an, umso eher du es annimmst, umso besser. Aber ändere dein Leben. Und zwar mache dich selbstständig. Nimm die Zügel in die Hand und übernimm das Schicksal deines Lebens. Und das geht so einfach heute. Es ist nicht mehr die Reise und irgendwo hin, und zu Meetings und zu Trainings und Geld rausgeben für Reisetätigkeiten. Nein, ein Handy oder ein Laptop mit einer Kamera hat jeder von euch schon. Und damit kannst du eine Community aufbauen. Damit kannst du deine weiteren Geschäftspartner finden. Und damit kannst du, oder ist es heute möglich, ein Business aufzubauen. Es geht jetzt nur darum, dass du die Beratung hast, was sollst du machen. Diese Hyper, die du draußen unterwegs hast, die nur darauf warten, einer, einer eintüten. Da musst du die Hütten davor. Du wirst kein langes, glückliches Leben haben. Zumindest gab es kein Networkerleben. Du wirst meistens abgezockt. Das Einfachste mit Produkten, die sich mit gesunder Haltung oder mit der Erhaltung von Fitness und für Wohlbefinden und so weiter beschäftigen. Da ja, diese Produkte gehen auch immer. Die benötigen ja die Leute auch. Umso schlechter es wird, umso mehr brauchen die Leute es. Weil dann hast du keine Chance, wenn du krank wirst. Dann, ja. Also da ist es schon Wert darauf zu legen, gesund und fit zu bleiben bis ins hohe Alter. Und vor allem wird es auch immer schlechter im Alter. Weil da gerustet der Leute da draußen. Speziell die Selbstständigen mit ihren Pensionen, die sie kriegen, nicht auskommen. Sie können also den Standard, den sie haben, nicht halten und nicht mehr leisten. Sie müssen dann irgendwo in eine Plottenbausiedlung gehen und dorthin vegetieren. Also das alles kannst du vermeiden. Wenn du jetzt beginnst, professionell beginnst, dein Business aufzubauen. Ein Abo und dann sponsern. Weitere Leute begeistern, auch das Abo zu haben, auch sich Produkte zu bestellen, auch Produkte zu kaufen. Und dann ein paar Leute sponsern, die wieder zu helfen. Und dann wieder ein paar Sponsoren, ein paar aufzubauen, Geschäft aufzubauen, helfen, selbst aufbauen. Und helfen, das ist das System. Und damit Schritt für Schritt und Schritt für Schritt ein Einkommen aufbauen. Und das Tolle dabei, du bist damit unabhängig von irgendwen da oben. Da können sie alle brausen gehen. Das unabhängigste Business ist das Network Marketing Business. Da hast du keinen Chef. Du kannst arbeiten, wenn du willst. Du kannst tun, was du willst. Also es kann dir keiner sagen, du musst jetzt, du kannst jetzt hier hinsetzen mit Leuten, kommunizieren, kostet nichts. Ob jetzt über Skype oder WhatsApp oder so, was auch immer. So im Bild und Ton kommunizieren. Und jetzt einfach das Geschäft promoten. Das Gesundbleiben promoten. Das ist alles. Einkaufen, selber. Die Shops haben, also die Unternehmen haben alle, bis ein paar wenige, und die kommen auch noch. Ohne den personalisierten Online-Shop wird es in Zukunft kein Netzwerk draußen mehr geben. Und damit kannst du den Leuten auf deiner Webseite zeigen, welche Produkte, die Information soll da drauf. Kauf dir die, bestell dir die Produkte aus dem und dem Grund. Es gibt Erfahrungsberichte und so weiter. Das hast du alles. Und damit brauchst du nirgends hinfahren. Damit brauchst du kein zusätzliches Geld ausgeben. Sondern alles, was du hier, was Umsatz gemacht wird, wird sogar von den Firmen teilweise tagesschau abgerechnet. Also wenn du vormittag Umsatz gemacht hast, hast du am Abend diese Provision oder ein paar Stunden später deine Provisionen auf deiner Kreditkarte. Und mit der kannst du gleich einkaufen gehen. Das ist modernes Netzwerk. Das ist modernes Netzwerk. Das ist Home-Network. Das ist genau die Zukunft. Dort möchte ich dir zeigen oder dahin möchte ich dir den Blick senken. Dort musst du hinschauen. Dort musst du in die Richtung soll das gehen. Nicht diese Hype, Hype und dort nichts. Und erst einmal nur Firmen, die Prämienprodukte haben, die sensationelle Produkte haben mit einem Alleinstellungsmerkmal, die Produkte auch was bewirken. Und ob wir einen Partner haben, einen Kooperationspartner, einen Vertragspartner, wie auch immer, einen Produktpartner, der verlässlich ist. Der in Europa in Sitz hat. Nicht irgendwo auf den Inseln, in der Südsee oder in der Karibik oder irgendwo in Dubai oder sonst noch. Sondern hier wirklich in der EU, wenn du willst. Weil da sind EU-Richtlinien und Gesetze und so weiter. Also beginne mit einem Network, mit einem Home-Network und komm morgen Dienstag um 19.30 Uhr auf meine Online-Info. Dann kann man darüber reden, was ist möglich, wie ist es vielleicht für dich möglich. Und wenn dir das passt, dann kommen wir auf ein Einzelgespräch und dort reden wir dann dachenlös. Also, alles Liebe, tschüss, baba.